So, gut, die möchte jetzt überzeugt werden. Hey, komm, du möchtest überzeugt werden. Ja, komm, ich weiß das doch. Das möchtest du doch. Ja, komm. Na los, hopp. Ähm, ähm, ich glaube, das war ein bisschen Fail, ich lad einfach nochmal. Ich möchte aber Hortator werden. Ich möchte. Wie wird der, achso, die Röden sind ja Nennen, die für den Hortator werden können und das Voto muss einstimmig ausfüllen. Was? Die Röden sind die einzigen, achso, die auf ein Zeiss, also, die, äh, ja, ne, 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 ne. Aber ich möchte dich bestechen. Auf 80 kriege ich dich. Ei. Aus meinen Augen. Nein. Komm. Auf 80 kriege ich dich. Kann doch nicht so schwer sein. Ohne Mist. Am Ende bringt es mir eh nichts. Ich sehe es schon kommen, aber... Hopp. Ich möchte dich auf 80 sehen. Oh, komm. Mädel. Du möchtest auf 80. Ich weiß es. Und du weißt es auch. Ja, komm. Mann. Wort Gewandheit ist gestiegen in der Zeit schon. Wow. So, auf hab ich da jetzt schon draufgeklickt. Hallo, ist das denn so schwer? Ja, schön. Ich hätte mich nicht feiern sollen. Ja, 100 aus Versehen genommen. Hallo? Alter, Frau ist schlimm. Du weißt es doch. Wenn ich sowas mache, dann wird sie ganz schnell... Ja, das war klar. Ich will jetzt einfach mal wissen, ob das richtig geht. Hä, ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig... Ich bin ruhig. Ich dachte, das ist echt. Oder... Ja, ich brauch ruhig. Ja, ja, ja. Ich bin ruhig. Mehr kann ich nicht. Mehr kann ich jetzt nicht mehr. Was? Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Nicht von meinem Tempo. Ich glaube ruhig. Ich bin ruhig. Eure Ring ist echt. Und hier ist alles, was ist alles. Ich kenne euch nicht. und kann euch nicht blind vertrauen. Ich muss über euer Besuch nachdenken. Dann muss ich denken mit M. Mehr kann ich euch jetzt noch nicht sagen. So. Komm, dann laden wir das einfach nochmal. Wenn du... Dann kann ich auch später nochmal zurückkommen und... Wenn du nicht meine Ahnung hast... Ich vermute, ihr sucht eine Highlight. Sehr gut. Äh, warum? Warum? Warum könnte es nicht einfach so sein? Ja, komm, hier, du möchtest Rotator werden. Damn. Fertig. Nein, man muss jeden Putschel da fragen. Äh, nee. Soll es sein? Sprech. Was wünscht ihr denn? Die haben bestimmt... Nee, die haben wieder was damit zu tun. Wen? Jetzt gucke ich mal nach. Nochmal. So, Buch. Äh, de, 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 der. Groß... Ah, Moment. Großfürste auf ein Ende entgegen. Äh, À, 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 À. die ereignisse aha ich bin kein deutsch schlauer das so heiß ich so das ist schon wieder so ich hoffe es ist wirklich wichtig obwohl hätte mich jetzt gewundert hätten mich jetzt abgewundert ist das die einzige die irgendwie rumlungern von der ich eine stimme verlangen kann der könnte noch um die anscheinenden eure wunden sind nichts im vergleich zu dem was ich euch zufügen werde wenn ihr nicht aufhört mich zu belästigen ne minder ich habe ne minder aber nicht gesehen das ist doch schon wieder kreise ja ich habe kreise gedankt ähm euer schmerz wird sich mit dem den ich euch zufügen werde nicht messen können das ist bestimmt auch kein ratzehr eure wunden sind nichts im vergleich zu dem was ich euch zufügen werde nicht aufhört mich zu belästigen soviel text mk der falsche fleisch gewordene spitze des kaisers bandit ungläubiger aha euer schmerz wird genau in der falsche fleisch gewonnen ja euer schmerz wird sich mit die ja er kommt bla 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 dass die jedes mal vermute ihr sucht nach einer taverne nein da kann ich euch nicht weiter dass jedes mal einen text labern müssen wenn man vorbeigeht das ist so das nervigste in diesem ganzen spiel ratzehr werden wehe du sagst was denn jetzt schon wieder das ist klar ich hoffe es ist wirklich wichtig um geiler ging das Haus das war glaube ich auch keiner von den Namen ich komme mir jetzt erst mal lieber um naja ja 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 nein Hausredorat recht bespricht mit dem in der Nähe ich finde ich würde sich nicht mehr bei dem was wünscht ihr ich bin ich bin zu tun euer schmerz wird sich mit dem den ich euch zufügen werde nicht messen können hört endlich auf mich zu melden schmerz 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 liebungsraum poltris ach war es nicht sogar das wo ich grad schon war mal äh äh nimm ihn da n n das ist die jahre die jahre und den sie hier euch soll ich sprechen ich werde das Gefühl nicht los dass ich es bereuen werde n n welchen die Namen von den mann die überwarten auf bestät mehr ihr werdet ihr durch die ganzen Dings irgendwelche Orte die Eilt irgendwas heißen und da muss jetzt überall hin oder war ich nicht in einem alt irgendwas schon mal ich gucke jetzt einfach mal vielleicht bilde ich mir jetzt auch ein aber gut was wünscht so fressen nur auf hat warte fester aus Blut ich muss bei den Bänden die Besserung fürst von Norden hier ist von Westspalte Füste von Mark Garn er weiter gehen Fürst von Südkarsch? Fürst von Müll aus... Ey, das ist... Laufen Sie bitte über die ganze Karte. Das ist doch... Ohne Mist. Nein. Das ist... Ich fühle mich getrollt, aber so richtig. War hier nicht irgendwie... Bolvin Venom... ...Plar... ...warte nicht hier vor... ...Gelöpsel... ...Höldl, Höldl. Blonien... Korra... ...Übungsraum. Boah, ich fühl mich hart getreut, ey. Ich hoffe, es ist wirklich wichtig. Äh... ...Boldrück... Köln du hast ich will nicht mit dir Uschi der Anfang der mehr sagt sie mir näher Rauhie ich bin wieder so ist was wünscht kein Plan was das von woher soll ich wissen dass ihr nichts schlechtes im Schilde führt du hast mir das Buch gegeben mein Fräulein ja würdest du mir ein Buch geben über die Dings die Orte der Dings dass ich mir was schlechtes das ist so wie diese Logik ich hoffe es ist wirklich wichtig ich hoffe es ist wirklich ja das nervt so wenn ich das auch noch wenn Balmora auch noch ich geh mal nach Balmora ey das ist mir zu doof hier Balmora hat doch ne Magiergelde so wo war die Magiergelde hier äh da so das ist mir zu doof mit den Redobrands aber ohne Mist bestimmt bin ich mir das mit den anderen auch zu doof aber ey ihr schreibt mir mal mit Redoran bla 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 also das ist irgendwie mir ziemlich uneinsichtig weil Tervani da geht man hin in diese Halle fragt diese Typen da äh und fertig die sagen einem wo man hin soll und so aber 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 Redoran kein Plan die und die Uchi labert da und was und das war's ne man so reisen bei Moria man ein rotator ähm ähm halleloo Dings ich glaube das ne ich so ne 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 schaut hier geht nach oben der Hauptstadt der so die hat keinen Plan also gehen wir mal nach oben die endgültige Schmach und gucken mal ob hier irgendwas war eigentlich war ich aber wirklich schon lange nicht mehr im Moor hier hat sich das bestimmt schon langst, äh langst wieder aufgefunden oder auch nicht vielleicht weil da was drin ist egal Beförderung oh das tut mir aber leid äh ach ne äh ich hab so wieder gedacht, tut mir leid, oh ich hab ne Beförderung bekommen damit ihr zum nächsten müsst ihr euren Zauberstab haben aha äh blablabla ich weiß nicht ich hab das irgendwie nicht erwartet, dass ich so ne Beförderung gerade bekomme so ich lehne so auf na komm einfach mal versuch mit Beförderung und dann herzlichen Glückwunsch und dann was ich wette ich muss zum Haus hallo da oben buchhändlerin nein das wäre für mich am schlüssigsten haus hallo 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 da sind sie und spielen dann bloßen ein denn auch neuer Schmerz wird sich mit dem den ich euch zufügen werde nicht mehr sind können sich ja kommen endlich auf mich zu belästigen an sie sind immer so er hat mich zu belästigen die Welt von mir ich möchte nur rotator werden ihr redet wahrlich zu viel ihr seid in schwierigkeiten das kann ich sehen versucht jemanden bestimmte nilino in den rahlzeilen nilino irgendwie gut den aber erst im nächsten part und bis dahin ich meine kane jana jones